Bitter für die SGK, nochmal ein Schluck aus der Pulle, Thomas Wild, der hatte in der zweiten Hälfte wenig zu tun, aber eine Aktion hatten die Gäste noch, eine hatten sie noch, Achtung, Thomas Wild, was macht der, er pariert diesen Ball, was für ein Wahnsinnsreflex, unglaublich und da gehen die Emotionen auch mit ihm durch, das ist Bundesliga-like, eine Wahnsinnsparade und mit dieser Parade sichert er den Derbysieg. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Habt ihr auch ein überragendes Tor, eine lustige Fail-Aktion oder eine sensationelle Parade gefilmt, dann schickt uns per Mail euer Video mit allen Infos.